Ich habe vor einigen Tagen etwas zugespielt bekommen, was ich nicht ganz glauben konnte. Ja, da komme ich später drauf, was genau. Jetzt kommt aber Lauterbach um die Ecke. Genau damit nehme ich einen Farbstatus in der Corona-Warn-App. Mit praktischem Impfstatus grün ist man dann safe und dann darf man auch bestimmte Dinge tun. Zum Beispiel wird man dann von der Maskenpflicht befreit. So zumindest ist es bekannt gegeben worden. Damit ließe sich dann auch prüfen, ob man an diesen dreimonatigen Impfintervallen teilgenommen hat. Und davon hängt dann auch angeblich nur ab, ob man Maske tragen muss oder ob man keine Maske tragen muss. Die Aussagen, die ich bekommen habe, die mir zugespielt worden sind, die besagen etwas ganz anderes. Denn was diese Psychopathen jetzt in Deutschland einführen wollen, ist ein Farbsystem wie in China. Ich zitiere mal hier aus der Berliner Zeitung vom 10. August, also von heute. Corona-Warn-App, Impfstatus wird an Farbe erkennbar sein. Karl Lauterbach verrät ein neues Update für die Corona-Warn-App. Unterschiedliche Farben geben künftig unterschiedliche Rechte. In China gibt es dieses System bereits. Diese Aussage lässt sich verifizieren. Sie werden Deutschland in Sektoren unterteilen oder ganz bestimmten Einrichtungen eine bestimmte Farbe geben. Und nur noch diejenigen mit der richtigen Farbe dürfen dann da rein. Mal ehrlich, klingt sehr nach Schwurbelei. Aber wenn man zurückdenkt, was die letzten zwei Jahre alles umgesetzt wurde, obwohl es davor hieß, nee, das wird nicht kommen. Hm. Ich will euch den Rest hier ersparen. Ich habe gerade auch noch gesagt, dass es dann halt auch Farbcodes gibt. Für Einkaufszentren, fürs Einkaufen, für was weiß ich was. Und dass ihr davon abfragt, ob ihr jetzt geimpft seid oder nicht, was ihr da noch dürft. Und gegen was ihr vor allem geimpft seid. Das können ja auch noch andere Impfungen dann zur Pflicht werden, wie diese Pocken-Impfungen. Weil Affenpocken sind ja momentan auch aktuell oder ja, egal was. Das Ganze klingt absurd, aber ich sage mal, unmöglich ist es nicht, dass da so vorgegangen wird. In China ist es ja scheinbar Praxis. In China sind ein Haufen Städte mittlerweile unter komplett Quarantäne. Die Lage dort ist echt extrem. Aber darüber könnt ihr euch mal in der Suchfunktion China und Pandemie mal informieren, was da momentan abgeht. Wie diese Leute leiden, wie die gegängelt werden. Die Frage ist, wie lange die das dort noch mitmachen. Die Frage ist auch, wie lange wir das Ganze noch mitmachen. Das soll es auch schon gewesen sein. Eine kleine Anregung, um mal darüber nachzudenken. Wer auch nicht. Wer auch nicht.